Auf dem kleinen Balkon haben wir der kranken Taube einen Verschlag gebaut. Einer Taube wäre heute noch das Leben einer gewöhnlichen Ringeltaube. Längst ist unsere Intimsphäre von Datenfeldern durchdrungen. Technobilder prägen unsere Imagination. Smarte Sextoys ermöglichen die Überwindung räumlicher Entfernung. Technik bringt die Erfahrung körperlicher Nähe. Mit ihrer Hilfe trotzen wir sozialer Distanz. Oder so will es scheinen. Aus dem Rausch unseres Innersten quellen Daten. Wem willst du sie freiwillig preisgeben? Oh no. Oh no. Untertitelung des ZDF für funk, 2017